Stefan, wie sieht's aus? Ist dir dein Wunschzettel schon fertig? Ich überleg die ganze Zeit was. Kennst du noch irgendwelche Sachen, die man rausschreiben kann? Also ich würde auf jeden Fall ein Sportgerät mit aufschreiben. Das ist gut. Ihr habt doch bestimmt genauso gute Ideen. Schreibt einfach auch mal den Wunschzettel fertig. Okay, die ist für mich? Du hast das Kissen bereitgelegt. Legt den wackeligen Untergrund einfach vor euch hin. Wie gesagt, das kann ein Kissen sein, das kann eine Yogamatte sein, das kann ein dickes Handtuch sein. Wir werden uns jetzt wieder dem Wintersport widmen und haben da verschiedene Übungen vorbereitet, die gut für unser Gleichgewicht sind, aber auch für unsere kräftigen Beine sind. Und da möchten wir vier verschiedene Übungen machen und ihr müsst zusätzlich noch euren Kopf anstrengen, denn ich werde gleich, wenn wir in den Übungsablauf gehen, nicht mehr die Übungen ansagen, sondern nur noch Nummern und ihr müsst selbst mitdenken, was wir dann machen. Ihr könnt natürlich schummeln und einfach bei uns gucken. Wir freuen uns aber umso mehr, wenn ihr wirklich selbst ein bisschen mitgrübelt und so mitmacht. Die erste Übung, wir machen die alle zusammen, ihr könnt gerne mitmachen, ist das Wippen. Das heißt, wir stellen uns auf unseren Untergrund drauf und wippen nach vorne und nach hinten. Das heißt, ihr geht auf den Fuß ballen und auf die Ferse und die Knie sind leicht gebeugt. Die zweite Übung ist die Standwaage. Die machen wir auf einem Bein. Nehmt die Arme als Unterstützung für das Gleichgewicht. Streckt euer anderes Bein lang nach hinten, Oberkörper nach vorne. Die dritte Übung ist das Skifahren. Das haben wir auch schon alle zusammen gemacht. Dafür stellen wir uns wieder mit beiden Beinen auf unseren Untergrund, gehen leicht in die Knie und drehen von der Außenkante auf die Innenseite des Fußes. So als würdet ihr einen Berg hinunterwedeln. Und die letzte Übung, also die Nummer vier, ist eine Acht zu zeichnen auf einem Bein stehend. Da könnt ihr gerne auch mit dem Standbein ein bisschen in die Hocke gehen. Okay, also wir merken uns, eins wippen, zwei Standwaage, drei Skifahren und vier sind die Achten. Bereit? Sowas von, das geht. Ihr zu Hause auch. Dann geht's los mit der Eins. So, wenn ihr euch nicht ganz sicher wart, das war das Wippen. Und jetzt machen wir das alle noch zehn Sekunden zusammen. Okay, und weiter geht's mit der Vier auf dem rechten Bein. Das ist auf einem Bein, das habe ich schon verraten. Ja, ach. Genau, Acht und Zeichnen. Das ist gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten dabei. Ja, je wackeliger der Untergrund wird, desto schwieriger ist es. So, nächste Sache. Zwei linkes Bein. Linkes Bein. Ah, ich erinnere mich. Die Standwaage, genau. Schön probieren, lang zu strecken, kurz zu halten. Ja, ihr könnt euch wieder einen festen Punkt auf dem Boden suchen. Der hilft euch dabei, das Gleichgewicht zu halten. Okay. Und die drei. Oh, jetzt muss ich selbst kurz überlegen. Was war das nochmal? Auf jeden Fall mit beiden Beinen. Ja, äh. Achso. Hier. Berg runter wählen, Skifahren. Ja. Das fühlt sich auf dem Kissen toll an. Okay. Und wir gehen gleich weiter nochmal in die Eins. Das merke ich nicht nur in den Füßen, das merke ich auch in den Oberschenkeln. Ja, ich auch. Und die zwei. Rechtes Bein. Okay. Ja, weißt du es? Ich weiß es. Die Standwaage. Genau. Wieder schön ausbalancieren. Benutzt eure Arme, um das Gleichgewicht zu halten. Ich merke immer, ein Fuß kann das nicht so gut wie der andere. Ja, aber wackeln ist ja okay. Nur nicht absetzen. Und die vier. Lieblingsbeschäftigung. Ach nee, ich glaube, das ist falsch. Die acht. Die acht. Oh, dann habe ich das Bein vergessen. Dann machen wir es jetzt auf dem linken Bein. Ja, dann stehe ich schon richtig. Super. Huch. Und je größer die acht, umso schwieriger wird es dann auch wieder. Ich glaube, das linke Bein hatten wir schon davor. Dann machen wir nochmal die vier mit rechts. Oh ja, stimmt. Das fühlt sich neu an. Okay, und zum Abschluss, weil ich es schon angesagt habe und dann die falsche Nummer war, machen wir nochmal die drei zusammen. So, schwarze Piste runter, ganz locker. Richtig schön, dass der Schnee zu beiden Seiten wegfliegt. Total. Hier, Riesenslalom. Okay, und Endspurt, Schussfahren. Und geschafft. Okay, boah, also meine Beine habe ich jetzt auf jeden Fall ordentlich gemerkt am Ende. Ja, ich auch. Kann man ja noch ganz kreativ werden mit so einem wackeligen Untergrund, gehen alle möglichen Übungen. Aber für uns soll das jetzt erstmal genug gewesen sein. So Weihnachten.